Die ist so fleißig, jetzt putzt sie denen den Popo, hält das Nest sauber und beide füttern. Da stupft denen das ganze Fressen richtig in den Schild. So interessant so zu schauen. Heute ist der 11. Mai, 24. Die sind schnell gewachsen jetzt bei dem Futter. Und sie bringen also Würmer, wo es gar nicht so viele Würmer gibt. Ein ganzer Schnabel voll mit Würmer lang kurz. Und die werden alle reingestopft, also herrlich. Fleißige Tierchen, das ist göttlich, das mal zuzusehen. Und wie sie sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und genau ihre Aufgabe kennen, was sie zu tun haben. Ja. 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 Ja.